Die Frage ist, wo haben wir was zum drauflegen? Das nehmen wir gerne mit. Hm. Ich meine, hier sind so viele kaputte Steine, ne? Warum nehmen wir nicht einfach irgendwas und schmeißen das da drauf? Okay. Irgendwas brauchen wir. Die Frage ist, von wo kriegen wir das? Na. Drecksfecher. Ich hasse Spinnen. Ähm. Ja. Wo, wie, was, wann und warum überhaupt? Hier oben können wir schon mal nicht falsch sein, ist das Schöne. So. Okay, hier oben sind wir, ne, doch nicht falsch. Okay, doch falsch. Nein. Aua. Aua. Das war nicht meine Intention. Das kann ich so sagen. Das war nicht meine Intention. 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 So. Jetzt, äh, nochmal neu, bitte. Na komm, du sollst hoch. dann machen wir das eben vorsichtiger vorsichtiger war ein richtiges first aid geht cool meins können auch gebrauchen bei meinem spielstil so jetzt wird auch schon mal ein stück weiter ok scheinbar so sollen wir dahin doch nicht hoch dann gehen wir weiter die vier hören tue ich nur ich glaube wenn wenn ich wirklich selbst auf die ziehen müsste no chance dreck sicher mein gott ekelhaft zeug ah ok wie konnte man das werfen neberto so hat uns abgelegt ich konnte mir das nicht werfen egal finden wir gleich raus genau wie wir sehen sie wird missbrauchen wir davon zwei dinger sicher natürlich war klar drecksviecher jetzt mal ohne scheiß wer macht denn so was also wir müssen beim letzten mal auf jeden fall schon weiter gespielt haben als ich gedacht habe weil ich hätte nicht gedacht dass wir sogar schon in die dritte mission gekommen wären so wie konnte man jetzt noch mal schmeißen ich habe gerade keine ahnung ich habe also 이�wiad like die Aufующłe also ich weiß gerade in das in den 하는 würde ich aber ich Change Weapon, Kamera, Target Lock. Jetzt ohne Scheiß, das steht hier nicht bei. Jetzt ohne Scheiß. Oh, nee, warte mal. Ach, kacke. Wie konnte man das denn jetzt nochmal... Ah! Ah! Okay. Mit... Klar. Mit Granate werfen wirft man auch das Ding. Sie wirft das Ding ja nicht mal vernünftig. Puh! Ja. Ähm, fast. Geht doch. Das war knapp. Äh. Ach so. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja. Gut, dass ich da noch die Tür offen gelassen habe, sonst müsste ich das Ganze jetzt nochmal machen. Das will ja keiner. Das alleine reicht nicht, das war klar. Ähm, das wollte ich nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Wow! Hier wird scharf geschossen. Also, das ist ja sowieso, aber ich meine jetzt nur... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie das mit dem... Ja, ich weiß auch nicht. Einfach schmeißen, oder? Einfach schmeißen. Wird schon richtig landen, irgendwie. so. Perfekt. Perfekt. So, das geht, ne? Genau. Okay. Warte mal. Genau. Das muss wahrscheinlich genau die beiden Engel dann zeigen. Okay. Okay, warte mal. Das kriegt... Das kriegen wir schon näher hin. So, das ist richtig. Ja, das muss wahrscheinlich so rum, ne? Das passt nicht, da muss das andere dann scheinbar hin. Genau, und... Das hier muss auch nochmal komplett gedreht werden. Gut, das ist doch ein verständliches Militivspiel. So. Wer installiert eigentlich immer so einen Schließrhythmus? Äh, so. Schließrhythmus... Äh, Schließmechanismus. So. So war es richtig. Ja, wie komme ich denn da hoch? Darauf habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Äh, Schließrhythmus... Ähm... Boah, ho, 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 ho. Das war knapp. Yeah, Splatter. Okay. Krasser Scheiß. Ah, guck mal an. Aha. Hallo, Lara. Hier in this room is everything we recovered from Bogovati, Thailand. Be especially careful with the Thraws. They managed to kill six of us before we boxed them up. They were protecting one of Thor's gauntlets and a map showing where the rest of his treasures were hidden, all of which are necessary to open the way to Avalon. The Norse believe this site contains a powerful weapon, and to safeguard against this possibility, I destroyed the original map. I hope this was not a terrible mistake, but if it was, I hope you and your mother can forgive me. Oh Gott, was ist das? Wenn sie auf dem Boden liegt, kann sie das noch... Stark. Komisch wie hier, ey. Warte mal. Okay, ich habe nur sporadisch. Ich habe gerade überlegt, warum der so... Ne? So, stimmt, hier ist jetzt zu. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus nochmal? Wahrscheinlich irgendwie... Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist auch nicht gut, was hier alles so umliegt, Mensch. So.